Menschen neigen dazu, nach Eindeutigkeit, Klarheit und Struktur in der Welt zu suchen. Allerdings finden wir uns oftmals in mehrdeutigen Situationen wieder. Hier mit diesem Wort bezeichnet man die Fähigkeit erstens, mit mehrdeutigen bzw. widersprüchlichen Situationen umgehen zu können und auch diese zu ertragen und zweitens, andere Sichtweisen und Meinungen zu akzeptieren und sich nicht unwohl zu fühlen, wenn man diese hört und damit konfrontiert wird. Es ist die Ambiguitätstoleranz. Ambiguitätstoleranz. Ambiguitätstoleranz.